Hallöchen Leute, ich bin PureMark und herzlich willkommen zurück zu Killzone Shadowfall. Ja, jetzt geht's mal weiter. Äh, einige Zeit vergangen jetzt aber. Wir sitzen da auf die Kampagne vor heute, wo wir aufgehört haben. Die Doktorinnen müssen wir jetzt holen. Oder so. Oder so machen wir wohl. Nach diesen Verbraucherinformationen. Viel Spaß. Viel Spaß. Ladebildschirm. So. Okay. Ach, das haben wir schon gesehen. Ja, okay. Ist doch egal. Schöpfung Neustarten. Nein, okay. So, wir berühren durch die Hülle. Ich glaube, ich kann nicht steuern. Aber es gibt glaube ich nicht viel zum Wissen. Wir legen, schießen und wenn wir irgendwas anberingen müssen, nehmen wir wohnen und mit. Ich glaube, da stehen 4 drücken und so. Und wenn wir mit dem... Äh... Achja, stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Mal hier drücken. Mal hier drücken. Mal hier irgendwas drücken. Was hab ich jetzt gemacht? Ich hab den Stick gedrückt und dann fliege ich nach vorne. Okay. Ja. Seltsam. Genauso wie der Typ hier. Alles richtig seltsam hier noch. Okay. Ja, gut. Schauen wir mal. Das wird aber schon funktionieren irgendwie. Hallo. Kann der Gegner sein? Sind der Gegner? Bist du ein Geg... Knapp? Kann mir so ein Scooter-Gegner? Schau dir an. Nein. Wo du hinflickst einfach. Ne, okay. Kann mir so ein Scooter-Gegner. Ist der? Keine Reihe. Ist meine Sache. Ah. Okay. Na los Luftschleiter. Okay. Achtung. Quarantäne-Protokolle initiiert. Warten Sie auf Instruktionen. Mhm. Wie mach ich nochmal... Ach so, ja in der Richtung drücken. Nach rechts drücken. Genau. Hunden drücken. Wollen wir es dann Waffe wechseln? Oder... Wissen. Links ist ein Medikett-Nem. Das habe ich nicht vergessen. Keep closed. Wear a mask. Gab es damals auch schon. Nein. Die Kantine ist geschlossen. Erfrischungen erhalten Sie an der mobilen Ausgabe. Hallo. Wo bin ich dann hier? Wenn die Kantine geschlossen ist. Hallo. Warum bin ich dann hier? So. Wie mache ich die Tarone mit L1? Glaub ich. Hallo. Wird er irgendwo hin überhaupt? Oder... Müsste mir sagen, dass er schon wieder... Ich suche einen anderen Weg. Roger 1.8. Oh, dass ich da schon wieder irgendwo hingehe. Warum ich gar nicht hin muss. Nö. Da schaut er einfach irgendwo aus. Was wusste ich nämlich aus der Schicht... ...dass er... ...Leftgedruckt ist. Eingeleitung. Ausgleichung. Abgeschlagen. Schutzübung. Erfungreich. Okay. War drei mal. Ich hab nur einen kleinen Knopf gedrückt. So dass wir nicht gleich alles erledigt haben, was es nach der Welt gibt. Hallo. Wut. Wut. Bin ich nicht gerade... Okay. Woher ich hergekommen bin, das ist jetzt weg. Kann ich mal behaupten. Schaut's mit dir aus. Ich bist auch weg. Ah, ein Schand. Woher muss ich gehen? Nach oben. Oder nach unten. Oder nach unten. Gehen wir uns nach unten, weil es ist näher. Das kannst du. Das ist krass. Gehen nach unten. Okay. Dann mach ich das so. Ähm. Ah. Nein. Oh Gott. So. Let's do this. Mal drücken. Luftschleuse versiegelt. Druckübertragung eingeleitet. Ausgleich abgeschlossen. Ich weiß noch was ich gerade mache. Ich glaube ich mache gerade C. Da steht aber nur D und D auf dem Karten. Da drüben. Wo ist das Schiff? Richtung Sonne. Naja. Das muss ich aber jetzt nachher machen. Also jetzt sind schon wieder reaktiviert. Ein. Kommt nach unten. Allineieder zurück auf Position. Brandschutzübung erfolgreich. Gehen wir mal zurück auf Position, Leute. Geht er was? Geht er ja nicht. Die Fremde. Kann er wieder drücken, ne? Weitme mal machen. Wenn da Leute sind. Aber hier sind gar keine Leute. Dann kommt zurück. Drohne, ich weiß noch nichts was die denn machen. Und wo ist die das machen? Aber nicht wie überhaupt. Also wenn wir so anders obdereich wären, aber... Was ist denn von mir? Was ist denn da unten? Ich glaube da rein ist sowas irgendwo... Ach nein. Jetzt war es schießen, naja. Ich weiß nicht. Ich möchte auch irgendwo hin in dem Raum, oder? War das gerade komplett unnötig, was ich da gemacht hab schon wieder? Ok, da gibt es Targets runter, jetzt warte ich, was wir nächstens. Wer sich ohne Einsatzbefehl in den Laboren auffällt, wird bestraft. Ja, mal an, ja. Die brennt ziemlich. Ich weiß nicht, ob ich das wusste. Na, da runter, ich weiß nicht, ob ich den Tod geballert habe. Oh nein. Alles gut. Na, da runter, ist ja nicht von dir. Hier. Achso, das sind mir die Picks zusammen. Kack. Ich kann nicht hier... Was mach ich hier eigentlich? Ähm... Ok. Ok, ich weiß zwar nicht, was das für ein Ding ist, aber gut, ich hab's. Fallen lassen. Gut. Der Regner kommt wahrscheinlich. Kritische Reaktorausfall. Deaktivierung eingeleitet. Stufe 4 Fehlerdiagnose empfohlen. Kack du mal. Hast du noch was genau da gedacht? Aber... Irgendwas hackst du auf jeden Fall aus. Ah. So. Ok, jetzt habe ich fünf Millionenpunkte. Ersetzen wir den Kondensator. Ok. Hier. Reaktor fährt hoch. Zielgerätzahl zu 25% erreicht. Cool. Ist das was dann? Oder was ist das? Das ist so ein Ding noch, das muss ich jetzt aufpassen. Ok. Dann nenne ich das mal. Was? Ah. Jetzt habe ich noch eine Polkarte. Oh, das ist so schön. Ok. Das ist so schön. Draußen ist irgendwas. Ok. Machen wir es einfach so. Da kann ich eh jeweils darüber hüpfen. Sehr einfach. Deaktivierung eingeleitet. Stufe 4 Fehlerdiagnose empfohlen. Ah komm. Ist doch egal jetzt. Kondensatoren werden geladen. Zielgerätzahl zu 50% erreicht. Wunderbar. So. Das heißt, ich muss jetzt noch zu den zwei Dingern da. Ok. Da kann ich ja da rüber. Da ist kein Problem. So. Dann nenne ich mal den. Weil da muss ich einfach von innen nach außen machen. Wahrscheinlich. Damit ich dann die Polken benutzen kann. Ok. Ich nehme das. Ok. Dann warte ich noch einmal auf das Ding. Ok. Dann muss ich noch das Ganze rast machen. Alles da. Dann muss ich da rüber enden. Na. Muss denn längst auch rüber. Ok. Ok. Wunderbar. Klasse. Also. Wo kommen noch mehr. Ja. Klau. 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 Also. Dann wird er das auch noch nicht so machen sollen. Ok. Ich weiß nicht ob ich gerade den muss furcht gemacht… Aber, aber… Ja. Ja, da hat er nicht mehr, ich kann gar nicht mehr, ich kann gar nicht mehr. Okay. Okay, gut. Von mir aus. Was ist das seltsam? Egal. So, nein, die werden wir uns nicht an, weil... Von Contarola kann ich ja nicht aufnehmen. So, was, wie, wo? Okay. Cool. Aha. Mhm. Wir müssen gehen. Ja, cool. Ja. Was? Oh, schwer. Überprüfe der Sektor. Wir haben die ganze Zeit, die wir uns nicht anziehen. Hallo. Wir haben den Kontakt. Tankesbrunnen. Das war's. Da, ohne Missbeste. Oh. Hallo... Hallo.... Und das ist super funktionierend. Wer sich ohne Einsatzbefehl in den Laboren aufhält, wird bestraft. Au. Reaktor online. Puls 8, 1.8. Reaktor ist online. Setze Mission fort. Verstanden, 1.8. Neuen Kurse auf der Brücke setzen. Das Schiff muss weg. Ja, Sir. Stimmt, muss auch aufs Mohl achten. Ich weiß, was man da ohneher machen kann. Okay, bei mir. Ja, das ist natürlich ein richtiges Ergebnis schon erledigt. Was überhaupt nicht die Kwan. Ich glaube, die haben sich Grunde der Einsatzbefehl in den Laboren aufgeholt und dann haben sie gleich direkt mal bestraft. Muss das nicht ansonsten machen. Luftschleuse versiegelt. Druckübertragung eingeleitet. Ausgleich abgeschlossen. Das ist wohl mein Job. Okay. Minipix, wozu braucht ihr eigentlich? Das... Weiß noch nicht so ganz. So, du willst da, dass ich raufgehe jetzt. Damit ich cooles Richtung Sonne setze. Ich hake das ja schon an. Also von daher... Sollten wir dann direkt losfliegen? Autschi. Na. Off. Überraten habe ich. Entdeckt, was? Entdeckt, was? Ja, mich entdeckt. Ja, mich. Muss ja nicht winken. Oh, aber... Hallo. Was ist da ohne? Ist die meine da ohne? Da ohne, da ohne. Nice. Okay, so. Also wenn ich irgendwas weg muss, dann... L drücken. Gut. Gänzester Brücke. Okay, mache ich. Kein Problem. Hi. Okay. Der Lger ist der Körper verbrannt, wenn man erst krank wurde. Anscheinend war... Wie komme ich an diese... So, der Lok oder was weiß ich mal. Das ist dran. Hm, gar nicht. Okay, passt. Dann gehen wir mal verteilen, wo wir hin müssen. Und fertig. Passt. Ach, Kontaminierung. Ich dachte schon, der mich entdeckt. So. Ich muss dorthin. Da ist aber alles zu. Bedeutet, ich muss wieder mal... das bestimmt das tun. Und zwar... Alle Crewmitglieder zurück auf Position. Brandschutzübung erfolgreich. Vielleicht mal da irgendwo hin, wo ich noch nicht war. Lass uns mal so schauen. Was hier abgeht. Hier ist zum Beispiel so ein Petrosinkian-Zeugs. Am rumliegen. Ich kann mal 10,00 oder so sehen wir nicht. Alle Crewmitglieder zurück auf Position. Brandschutzübung erfolgreich. Okay. Und der Spaß hat sich noch eine Frage. Das hört sich nicht an. Nein. So, der ist ja schon drin. Aha. In dem Büro oder nicht? So, so. Okay. Apparenz. Gibt es aber hier so einen Petrosidkern? Vielleicht? Dann gehe ich mal hier längs, oder auch nicht? Doch, jetzt. Dann kann ich mal die Audio-Date auch nehmen, so. Kann ich da... Okay, gleich. Ich glaube nicht, dass ich hier durchgehen sollte. Was ist da? Okay, dass es in der Medikit? Aha, okay. Achtung, Kontaminierung entdeckt. Abriegelung eingeleitet. Mal schauen mal selbst. So, was soll ich denn entfernen hier? Ah, okay. Gut. Dann kann ich den da reinhauen. Aber in der anderen Raum ist noch einer. Luftschleuse defekt. Außenhöhle beschädigt. Und da ist da eine Tür noch extra so. Da ist auch eine Tür. Okay. Dann... Schauen wir mal Info, oder so. Was dann... Keine Ahnung. Nehmen wir den halt ein paar Mal und hornen... ...da ran. Ja, da kann ich aufstehen, danke. Dann können wir tollerweise hierhin... Okay. Da muss ich den mitnehmen. Aufstehen am besten, so. Okay. Dann wird das auch können. Und das bringt uns dann schlussendlich zu dieser tollen Stelle hier. Die uns sicher viel weiterhelfen wird. Oh, okay. Ob das gut funktioniert... Was haben wir hier? Außer nichts. Und mehr nichts. Okay. Die hätten das nicht gut gehen lassen. Schambar. Okay. Ja, ja, ja. Ich kann zwar... Alle Crew mit Sehner zurück auf Position. Kraftschutzgübung erfolgreich. Okay. Ich würde mal tanzen, wo bin ich hier gerade? Hier ist was. Hala. Hör mal an. Hör mal an. Hör mal an. vielleicht muss ich da später hin und ich mache das jetzt alles schon naja wo der war soll aber ich helfe euch ja nur hat das sind gerne nicht von und jetzt bin ich hier ein hellgas dissident der gerade Asylinvector beantragt hat hat in seinem ersten interview seine schockierenden eindrückende probleme hinterher erlaubt ah ok das musste ich halt machen ok aber da war noch eine andere tür naja gut würde ich die hier erstmal nicht benutzen dann muss der hier das sollte ich natürlich nicht das sollte ich natürlich nicht aber was muss man aufgaben gewüns hm ich glaube ich zumindest mal wieder was nicht mal gehen mal mit gut und nicht das liegt das wäre ein bisschen zu lahm hacken bitte und ich verteidige dich dabei wahrscheinlich nein ok schiff nimmt es kurz auf die sonne perfekt schnauze aufmachen los vorwärts pulsa 18 das schiff nimmt kurs auf die sonne aber ich habe massa und eine unbekannte person im labor gesehen Ende sie will überlaufen das darf nicht passieren geh runter 18 los das hab sie verstanden natürlich alles verstanden aber wir haben noch keine wahl so gut ja ich denke ich jetzt wieder zurück schnauze ich werde den ganzen Weg wieder zurück schnauze oh da macht doch was Das war's. Und da hat er die Gegner jetzt. Ich schreibe mich. Halt! Hallo, da war der Titeke, ich gehe für Lungen. Hier ist was! Oh nein, ich schreibe dich! Sollte er die Sonne? Glauben nicht. Das war's nicht so groß. Ich möchte da hinten mit der Schopfflinte da umbrechen. Corona kommt zurück, bitte irgendwann. So, jetzt kann man. Ja, genau. So, nämlich. Genau, genau, genau. Warte es auf, es gibt doch keine Ahnung, wer ist ja nichts drin. Nein, jetzt kommt. Achso, ja, ja. Ist ja jetzt egal. Hallo. Oh, okay. Ich möchte wieder Leute. Gibt es da einen Satz mehr? Luftschleuse versiegelt. Druckübertragung eingeleitet. Ausgleich abgeschlossen. Wunderbar. Kann man nicht anders sagen. Vielleicht ein Framerate. Ich weiß nicht, das muss ich. Ziemlich weit. Das ist Aufgabe K mittlerweile. Das kann ja weiter werden. Das kann ja weiter werden. Druckübertragung eingeleitet. Ausgleich abgeschlossen. Ja. Selber. So. Und weiter. Mhm. Hallo, ich habe gehört, hier wird jemand überlaufen. Ist das wahr? Kann ich das mitnehmen? Aber? Bereit? Wappentest 224, HA Reihe 6, Subjekt Helgas, männlich 33, keine Vorerkrankungen. Aussetzung beginnt. Hey, was ist denn das? Was? Was tun sie da? Au. 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 Runter. Au. 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 Okay. Sieht gut aus. Rechnen wir es noch durch. Ach? Das sieht richtig gut aus. Okay, jetzt kann ich nicht mehr raus. Okay, aber ich dachte, was hier nicht so wichtig ist, oder? Nee, kann nicht sein. Hallo? Muss ich da was hacken? Nein. Gibt ein Event. Nein, okay. War Helgans Zerstörung nicht genug? Ich lasse keine Unschuldigen mehr sterben. Wo ist Massar? Massar wird für ihre Taten büßen. Genau wie ihre Anführer. Okay. So, wir haben ja nicht halt, yep. Uh, ja, aber Informationen eröffnet. Ich weiß nicht, dass er das verschandert. Was? Okay. Was? Ähm. Hä? Wirst man doch sagen, dass ich da nicht Licht habe, oder? Und so... Okay. Bin ich? Ah. Da hat er gar nicht gesendt noch, okay. Blast. Blast. Hallo, 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 hallo. Oh, ja. Da hat er gar nicht gesendt noch. Okay. Da hat er gar nicht gesendt noch. Da hat er gar nicht gesendt noch. Okay. Da wird es dann. Okay. Okay, gut. Ah, bei dem was er dann da dran Ja, da ist Trash Ja, ja, hallo Na dann, die wär gar nicht spielen müssen Oben, unten, was, dann wo ich Tja, so ein Manicade-Dingens Hm, dann geh ich ausgersehen, ja? Richtig, perfekt So, da ohne Ich glaube, ich warte Ja, okay Ja, ich kann Okay, ich traf nichts, da geht halt nicht, da kann ich nicht sein, oder? Das wäre ein bisschen mündes. Ich glaube, wir waren mir die Geht, so fast. Ich weiß nicht, was wir machen? Das war aber... Ich hab Zeit, Luca. Kasse. Verlust da rum, ne? Oh, okay. So kann ich nicht durch. Oh, okay. Zutrid verschaffen. Immer da. Oh, tsch. Da hab ich nicht dazu. Was hast du überhaupt? Ah, okay. Es hat eine Mina, die das Feuer gegeben hat. Stimmt. Da ist meine Baroma. Wunderbar. Was für dich? Was für dich? Nein, recht. Das sind immer noch nicht gekillt. Dann nicht. Ah, diese Minen da. Okay, dann muss ich mit dem Auto gerade da fahren. So, dann geht's zurück. Wunderbar. Perfekt. Ne, mit dir. Das ist natürlich. Wunderbar. 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 Verstanden. Ich such mir ein anderer Weg. Brot,boot,boot,boot,boot. Überhaupt nichts. Erreicht, dass wir in den Konten kommen. Ja, super, nice. Sei super, reicht jetzt gerade. Wenn Sie mir eine Probe geben, sage ich Ihnen, zu welchem Teil Sie Wegtanerinnen sind. Schätzungsweise mehr als die Hälfte. Bringt Sie weg! Los! Ihr werdet alle sterben. Voll mich. Oder? Der Muskel schlägt an. Überlebender. Er ist es. Lebenszeichen schwach. Ich gehe raus. Was heißt hier schwach? Okay, man kann Pause machen. Okay, dann schauen wir uns das in der nächsten Folge an der Cut-Szene. Nichts habe ich hier vorher, damit musst du zweimal sehen. Ja, auf jeden Fall war es das mal mit diesem Part. Ich weiß noch, was ich wahrscheinlich jetzt länger nicht mehr gespielt habe. Aber ich habe es wahrscheinlich auch nicht gewusst, dass ich da das Hecken ab und zu machen muss unbedingt da. Aber wenn der Mail schon genau hin zeigt, wo ich hin muss, dann hätte ich drauf kommen können. Aber ja, ist ja egal. Auf jeden Fall war es das mal mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Like freuen und einen Kommentar. Lese ich immer wieder gerne durch. Und ansonsten war es das mit der Folge. Danke fürs Zuschauen. Und jetzt muss ich leider wirklich noch etwas Wichtiges zu erledigen. Also Tschüssi! 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 Tschüssi!